Auf dem 15. Financial Planner Forum in Berlin ging es selbstverständlich auch um ETFs, um Praxiseinsätze der Exchange Traded Funds und da gibt es kaum einen besseren als Davo Horvath, Honorarberater und Vorstand der Honorarfinanz AG, den ich jetzt hier im Interview begrüßen darf. Danke für Ihre Zeit, direkt nach Ihrem Vortrag sind Sie zu uns gekommen. Ihr Vortrag hieß in der Tat Praxiseinsatz von ETFs in der Anlageberatung und das funktioniert seit einigen Jahren, muss man fast schon sagen, sehr sehr gut oder zumindest immer besser. Was sind die Gründe für diesen Erfolg? Naja, die viele Anleger beschäftigen sich ja auch zunehmend mehr mit ihrer eigenen Geldanlage. Wir leben in Zeiten der Niedrigzinsen und unweigerlich wird man irgendwann auf den Trichter kommen. Ich muss mal schauen, was gibt es denn da. Ich informiere mich, lese die Finanztest und so weiter und ich werde immer wieder auf ETFs gestoßen und somit nimmt es langsam immer mehr Fahrt auf bei der, bei dem Anlegern da draußen und ja, daraus ergeben sich natürlich auch Potenziale für uns als Berater, dieses Thema aufzugreifen und ja, die Klienten oder die Interessenten damit zu bedienen. Ja, mit Informationen, wie funktionieren ETFs, wie kann man sie einsetzen, ja, wie kann man damit, sage ich mal, erfolgreich Vermögensaufbau, Altersvorsorge betreiben und das ist im Prinzip eine Chance nicht nur für den Kunden, sondern eben auch für den Berater hier ein Geschäftsmodell mit einer, sage ich mal, Win-Win-Situation ins Leben zu rufen. Es sind passive Instrumente, keine Frage. Wie wichtig ist es aber aktiv mit diesen passiven Instrumenten umzugehen oder sollte man in der Tat auch eine Buy-and-Hold-Strategie da verfolgen? Naja, wir empfehlen der Regel wirklich eine radikale Buy-and-Hold-Strategie, weil Aktivitäten führen nachweislich leider doch zu falschen Handlungen. Ja und man sichert ab vielleicht, wie jetzt viele Anleger, die immer noch auf dem Crash warten, ja, auch letztes Jahr durch die Rückschläge, sage ich mal, aus dem Markt raus sind, entschieden haben, dieses Jahr investiere ich nicht und haben sehr viele hohe Renditen verpasst, ja, die dieses Jahr da draußen entstanden sind. Und als ETF-Anleger sollte man eben keine Aktivitäten betreiben, sondern eben passiv nach einem Buy-and-Hold-Ansatz in den Markt investieren, investiert bleiben und einfach sich nicht beeinflussen lassen von Nachrichten, von Medien, ja, von wirtschaftlichen Veränderungen. Ich habe es angedeutet, ETFs waren sehr erfolgreich in den vergangenen Jahren und einige mahnende Stimmen sagen sogar, die sind zu erfolgreich und reden von einem ETF-Hype. Was erwidern Sie diesen doch eher kritischen oder mahnenden Stimmen? Na ja, folgt man den letzten Studien, ja, die unter Anlegern gemacht wurden, kommt doch eine ernüchternde Zahl zum Vorschein. Gerade mal 17 Prozent der deutschen Anleger wissen überhaupt, was ein ETF ist und es besitzen gerade mal vier Prozent ETFs. Also wir sind noch weit weg vom, ja, von dem Boom, behaupte ich mal. Natürlich schreiben die Medien sehr viel und Großanleger, institutionelle Anleger kennen dann doch immer mehr, dass auch, ja, die Kosteneffizienz bei der Geldanlage wichtig ist und entscheiden sich zunehmend für ETFs. Aber wenn man wirklich hinter die Kulissen schaut und sich wirklich Studien anschaut, wie groß ist denn dieser ETF-Markt im Vergleich zum aktiven Markt, dann ist er immer noch sehr klein. Also sich jetzt Sorgen zu machen, dass plötzlich alle nur noch mit ETFs investieren, passiv investieren, den muss man sich glaube ich noch lange nicht machen. Ich habe einen Artikel gelesen, Herr Horvath, da hieß es, wer sein Geld klug investieren will, muss sich vor allem mit sich selbst beschäftigen und eben nicht nur mit Produkten wie jetzt zum Beispiel ETFs. Wie viel Wahrheit steckt da drin? Oh, ich würde sagen sogar zu 100 Prozent. Der ETF ist selber auch nur ein Instrument, ein Finanzinstrument wie eine Einzelaktie, wie ein Zertifikat, wie ein aktiver Fonds, ja. Und wenn ich dieses Instrument eben falsch bediene, falsch einsetze, wird es genauso schädlich sein wie jedes andere, ja. Somit sind ETFs wie gesagt ein Werkzeug, ja. Eins, wenn ich es gut einsetze, ja. Wenn ich es richtig einsetze, mir viel Nutzen bringen wird, ich eine tolle Erfahrung machen werde und wenn ich das Gegenteil mache, eben, ja, eher nur mich ums Produkt informiere und mein Anlagerverhalten selber gar nicht darauf anpasse, werde ich damit keine gute Erfahrung machen. Abschließend der Blick nach vorn, Herr Horvath. Welche Trends, welche Themen erwarten Sie für das Börsenjahr 2020? Also wir merken ein Interesse, es ist vor allem das Thema Nachhaltigkeit, ökologisch zu investieren, ja. Viele Anleger wollen wissen mittlerweile, was passiert mit meinem Geld, finanziere ich damit die Rüstungsindustrie Atom etc. Und hier gibt es natürlich Tendenzen, die wir merken, auch bei ETF-Anlegern und man kann mit den ETFs gerade dieses Thema gut abdecken bei Kunden und ich denke, das wird so die nächsten Jahre, wenn nicht sogar auch auf Dauer ein Thema bleiben und wahrscheinlich auch noch mehr zunehmen. Die ETF-Industrie wird das weiterentwickeln, momentan gibt es jetzt nicht so viele Nachhaltigkeits-ETFs, aber wir merken, da tut sich immer mehr und mehr und es wird, denke ich, ein Thema sein, was ja viele Anleger beschäftigen wird, auch in Zukunft. Der Blick auf die aktuelle Lage am ETF-Markt und darüber hinaus, Davo Horvath war das, Vorstand der Honorar-Finanzergie hier am Rande des Financial Planner Forums in Berlin. Ihnen noch einen sehr erfolgreichen Kongress, danke fürs Interview.